Einem Alfa Romeo Giulia SS 1600 ist der hintere Teil des vorderen Kotflügels schwer vom Rost befallen und muss ausgetauscht werden. Auch an der unteren Schwellerkante und im inneren Radlauf sind deutliche Durchrostungen zu erkennen. Wegen des Werts, den der italienische Sportwagen darstellt, wird auf einem stückweisen Teilersatz an der durchrosteten Stelle verzichtet und der gesamte hintere Kotflügel als Teilersatz nachgebaut und eingesetzt. Da das Ersatzblech in einer anderen Werkstatt entsteht und das Fahrzeug zum Anpassen nicht in der gleichen Werkstatt steht, wurde mittels der Schablonen auch eine Holzlehre angefertigt. An dieses Holzgestell kann das Blech angelegt und auf Passgenauigkeit geprüft werden. Nun ist es soweit und das Blech kann erstmals an das originale Fahrzeug angepasst werden. Da die Passgenauigkeit gegeben ist, soll das Blech nun auch eingesetzt werden. Dazu wird nun im ersten Schritt das Fahrzeug auf diesen Schritt vorbereitet. Da Schweißarbeiten anstehen und damit auch viel Trennarbeiten mit Funkenflug, wird das Fahrzeug mit einem 3M-Schweiß- und Funkenschutzpapier abgedeckt. Dieses Papier lässt keinen Funkenflug durch und sogar Schweißperlen perlen an dem Papier ab, ohne dass das Papier selbst Schaden nimmt. Das schützt die Karosserie, die Scheiben und sogar den Innenraum des Fahrzeugs, da die Türen ausgebaut werden mussten. Bei Schweißarbeiten am Fahrzeug sollte man dieses selbstklebende Schutzpapier immer parat haben. Im ersten Schritt wird nun das Ersatzblech passend an den Kotflügel angehalten und die Umrisslinie markiert. Natürlich müssen auf dem ursprünglichen Kotflügel etwas Überstand nachgezeichnet werden, damit das neue Ersatzblech nicht durchfällt. An den Kanten, an denen Strohs geschweißt werden soll, markiert ein Klebeband, wo das Blech haarfein herausgetrennt wird. Mit der dünnen Trennscheibe wird das alte Blech aus dem Fahrzeug ausgetrennt. Dick dabei ist, dass das Raustrennen sehr gewissenhaft, ruhig und mit höchster Konzentration erfolgt. Erstens ist große Hitze zu vermeiden und des weiteren passt das Ersatzblech wesentlich besser, wenn man sehr bedacht vorgeht. Das alte Blech wird nun rundum aus der Karosserie getrennt und die Passgenauigkeit vorbereitet. An der Kante, an der die I-Naht entsteht, wird am Rand etwa ein Zentimeter stehen gelassen. Dieser Rand kann anschließend mit der Absetzzange bearbeitet werden. Dadurch entsteht ein etwa ein Millimeter tiefer Absatz, in den das Blech eingesetzt wird. Der freigelegte Innenkotflügel muss entrostet werden, damit sich der Rost nicht weiter ausbreitet. Nach dem Freischleifen wird der Innenkotflügel mit einer Epoxy-Harzgrundierung ausgesprüht. Dies verhindert eine neue Rostbildung von innen heraus. Jetzt kann das neue Ersatzblech passgenau eingesetzt werden. Es wird an einigen Stellen fest fixiert, zum Beispiel mit Grippzangen oder Kleckostiften. Für diese Stifte wird ein drei Millimeter großes Loch vorgebohrt und ein Spannstift mit einer Spezialzange eingesetzt. Die Stifte spannen das Blech so fest zusammen, dass man es weiter bearbeiten kann. Das Blech muss vor dem Verschweißen noch einmal final getrimmt werden. Leichte Unebenheiten oder Verzüge werden herausgetrieben, damit das Blech ganz genau passt. Zuerst werden entlang des Randes des Ersatzblechs Schweißpunkte gesetzt. Wir haben uns für das WIC-Schweißverfahren entschieden, da ähnlich wie beim Autogenschweißen die Naht sehr weich bleibt. WIC-Nähte lassen sich mit einem Hammer kletten und sind auch sehr stabil. Bei der richtigen Anwendung ist der Verzug sehr viel geringer als beim Mackschweißen. Erst wenn die Punkte regelmäßig verteilt sind, wird die Naht stückweise drei bis vier Zentimeter aufgebaut. Danach lässt man die Naht erst einmal abkühlen. Eventuell muss die Naht nach dem Schweißen mit dem Kletterhammer etwas bearbeitet werden. WIC-Schweißen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ist aber besser zum Nachbearbeiten. gemütlich... wihi ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.